Und damit herzlich willkommen zurück auf den Kreml-Kanal, Liga 1, letztes Spiel, Fragezeichen, man weiß es nicht, wir werden es heute erfahren, mit dabei, der Matze, einen wunderschönen guten Tag. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu FIFA 18, ja auch mit meiner Wenigkeit und ja wir schauen mal ob was jetzt noch überleben in Liga 1. Genau Leute, ein Sieg muss her, nichts anderes zählt. Das müssen wir gewinnen. Ja. Was, oh was war das? Schade, die Flanke kam sehr komisch. Ah, ja so, ja in der Mitte und dann immerhin doch nicht. So, ja Real Madrid wartet. Schauen wir mal was es wird. Ja, aber schon länger nicht mehr kann das sein. Ich weiß es gar nicht, um ehrlich zu sein. Was hier die letzten Gegner so waren. Oh, 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 oh. Oh, was? Hättest du noch mal mich schicken können? Ja, egal, ich weiß, aber irgendwie war so ein Rade, gerade. Schade. Ah, ja Frank. Schade, nicht gut geschossen. Ich glaube für die Lücke, könnte meiner sein. Ah, was, der war noch. War nicht meine. Deiner? Je. Oh Gott. Ich wollte eigentlich zu aller bei der Horror, okay, neuer Mittelfeld. Boah, das war aber auch nicht so gepackt von nach oben. Ah, hey, Mensch, Mensch, Mensch. Was ist hier los? War mutig, aber. Oh, oh. Oh, sauber. Und jetzt. Oh, boah, Tinker. Ja, egal, der kann flacken. Jawohl. Oh, was? Absatz? Ach, kam es. Ja, wahrscheinlich deutlich abseits gewesen sein. Noch gar nicht geguckt. Oh, 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 oh. Oh, was? hätte ich mal angenommen nein so eine chance kriegen wir doch nie wieder nie wieder also so ein geschenk das bei er ist der ein geschenk gegen deine warum denn so scheiße günstig das macht dann aber auch lewandowski verstehe ich nicht ich weiß es nicht antwort auch viel günstiger gelegen hast du ja so und müssen wir zum ich drück voll durch und wie langsam der ball zu dir kommt ist ja 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 so wie jetzt so jetzt gleich lang ja perfekt herz ja oben oben ja dann glaubt der waschentuch zu weit nein nein da kann man nur ist doch ja auch wieder fast ihr wohl was war nie war aber gibt sogar geld nach meinen folgen leben wahrscheinlich ein mini füßchen eine zehenspitze oder so wie war es kann es doch auch nö doll jetzt haben sie die lücke nein so alter was die lücke liegt wieder einer am boden hast du ja ich habe auch glückten naja so wir haben auch ein bisschen du sind ein starken tor ja wollte direkt machen oder was ja was ist das sind hätte alle aber gar nicht mehr an die muss ja heute ich bleibe hier wohl doch stark noch auf der linie gekriegt hatte ich wieder zu robben ja nicht zu weit nein bestimmt ja lust ja nein warum denn stark 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 naja und was war sehr gut sehr gut da war park zu mit klar weiter so bitte hier kann man auch die flanken wo sie hin sollte und komplett frei auf einmal so als nur warte sauer sauer weitermachen bitte genauso ja ich bitte auch drum was ich hab doch was ich hab doch was ausgerutscht faul ja sicher doch was ich gehe genau unten wo ich nehme erst mal an ja ja klar oh warum kommen diese hohen werde immer so bescheiden hast du hast du hast ja ja ich will schick zu spät mal der weg zu machen ja genau da ja aber stark da war so nein ja gut gesehen auf geht's stark oh ja wohl die selber schießt so not jawohl was war das denn ich hier wollte einfach mal war die übermut weißt du der geht rein nein 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 nein�� blaira nein ich fifteen ärger auch mein kürziger den vorsche murdered man ja ich weiß nicht anfanguing Abbott aber es wird misschien auf dem sp hist ob wir es leider auch in die eigenen coolheiten ist ich ehrlich und deswegen ist flachsen so man muss kurz so gut eine aber nicht habe ich so eine chance machen wir sie jetzt mal hier und das war hol ich mir ja ich mache bitte oder noch mal ganz außen hier ja wohl weiß nur diesen kopf schon wieder gegen wen das war dieser ja ich weiß nicht mal ein hellen nationell jetzt im kopf mal der extrem mit müller war das ich glaube von müller reden schießt jawohl der schuss wieder schuss jetzt geht man aber auch mal wir mit dem 20 belohnt werden oder hat der bombe habe ich habe ich ich krieg der bruder nicht aber zum schluss was für chancen auf einmal ja endlich beim erwinns konzentriert läuft ja so wird auf jeden fall weiter auch mann schade der 20 wer gerade so in der phase jetzt verdient gewesen aber weitermachen einfach weitermachen ich bin heiß jetzt jetzt kann ja ich auch leute ja hier auch anscheinend die denken sich wahrscheinlich eh so stark sind die gar nicht die muss man doch schlanken ach was nein hat er mich gefickt bleib oben bleib oben stark hoch der bedrohung schade ich dachte du wärst rein aber nein steht der weg aber gut können wir nicht riechen dazwischen wenn der ankommen hatte ja ehrlich beide gute idee gehabt aber auch meine es war ganz warum bleibt denn da stehen groß ex-spieler der weiß genau wo er stehen muss erkennt den rasen da ja ehrlich auch lieber der gelbe karte muss raus wo man muss was ok auf geht's konnte ich muss ich muss erwarten dass jemand da ist kann man sonst nicht spielen da ist laufste nein ob sie die letzte wach diesen ex-spieler stark 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 da müssen sie liegen so laufen links runter da ok jetzt ja ich habe schon gefeiert aber den letzten vielleicht auch alleine schießen können ja so ein klein und schlänzer an egal einmal einmal versuchen das drin ist es nicht ja wie weißt du ich dachte wenn du wenn du jetzt schießt denkst du denkst du wieder passt auch passt dafür hatte ich den ding den zugleichen laufweg und nö der abbräder nach oben aufpassen ja stark ich noch lauf um dich lieber lauf doch ein motor wo an hier ja ich kann auch schneller laufen hier schaden wo ich ruhig ruhig was bleibt in der mitbrotig ist wenig schnell auch was war das wird zum glück nur so ein schüsschen und nein warum stehen darf an der raste hast du zumindest in turbo hier jetzt da muss ich mal sonst wäre ausgeliehen lieber so als dass die einrufen hätte er hätte er fast noch gekriegt erst annehmen genau sehr gut jetzt wenn wir übermütig war war ein kurzer oder ich mache rüber zu rocken nein aber da war die unsicherheit schieß wir sollten wieder einmal für tiago jetzt in der phase ich glaube ja sehr gut sehr gut sehr gut so gefällt mir das meine 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 nein hätte auf jeden fall gepasst so erst mal ruhe erstmal uhr weil die wiesen die stadt soweit standen total defensiv grad ja oh nein oder läuft er weg vom ball ich möchte nicht haben danke wo ich mache seit mechsel dann kurz spüren jetzt frei oder so der sollte trotz aller war aber ja besser so nein nein was ist denn hier leiner seiner mitte bitte los nein macht doch ich wollte doch kurz ich wollte nur drehen und einmal passen scheiße ja laufen 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 käme ich schön gemacht schön das wäre das wäre eigentor gewesen ja ja noch so doof abgeprallt oh sahne nein warum denn da hin noch sauber rein 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 nein 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 was macht der mit das gibt es auch nicht das 2 0 nicht auf Fuß ja ehrlich wir beide sind wir hier haben das gibt es noch gar nicht hey mit der mitte ja wohl kommen wieder verletzt und schuldig ist aber frei wieder laufen können jawohl nein was ist hier los war wagner 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 ja ehrlich und dann passiert gleich 1 1 oder 3 ja neuer sauber um anruf vom marken sind auch ja der weiß noch nicht es ist richtig gerade wenn ich der spieler werde ich würde mich gerade voll aufregend ich hätte das ist eigentlich für mich für mich das rot ich war nicht alleine dann gewesen aber ja gut als da soll ich oben ein spiel oder hier auf die felsen so eine mitte hier macht man die mitte ich schon mal kurz die mitte ja alles klar aber so geht auch ich bin das war doof ich habe den gar nicht gesehen wird das war plötzlich nach oben zu also war stark fehler korrigiert ja aber soll nicht ich hab gedacht was war das denn rüber zurück nach rüber ausgekostet nach dem lehrbuch was so war genau das hat mir gefallen echte weil erobert aber gut auch glück gehabt dass diese lange ball dann doch ankam naja aber auch wo wird und wir die ganze hinter dir weit hinter dir noch gewesen deswegen das konnte einfach kein absatz nicht mehr hat er sich nicht durchsetzt ach schade nein hast du schade hast du jetzt musst du ihn haben ja schön schön geklärt was diese auch oder was zieht das doch durch jetzt mal ernsthaft meinte ihr hättet wirklich noch zwei drei toren machen in zweieinhalb minuten und bis jetzt ist noch nichts passiert aber vielleicht wollen sie in drei minuten jetzt alles durchziehen empfänger wechseln auch so ja aber schön gefällt mir das spiel also warten zwar die ersten was ich nun mal nicht so unserer aber dann habe ich auch in einem red fand ich genau wir haben ein noch achtung ja vielleicht wo wir die droppen ich mache also haben erstmal noch nicht schlecht warum denn ja gewollt oder wird schwierig nach schade kann man versuchen liegen jetzt von vorne ja da habe ich ja na klar dann was ergibt sogar vorteil da was voran er auf paul um jetzt ist so ja so war drei punkte noch nicht aufgestiegen es gibt eine weitere folge ich hoffe nicht das wird alles gewinnen und im letzten spiel alles war kacken das war ja das war wirklich übel ich glaube die statistik sagt hier glaube ich einiges von so sind hier ja daran aber sollte auch die bessere mannschaft auf jeden fall also müssen wir auf jeden fall weitermachen leute wir danken uns fürs zuschauen bleibt leider dran wir versuchen jedes spiel viel spiel aber noch alle müssen wir gewinnen ich freue mich drauf ich bin motiviert ich hoffe ja auch auf jeden fall bis zur nächsten folge leute danke fürs zuschauen der war ist so Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020